Jetzt sind wir beim nächsten vegetarischen Gericht. Wir haben natürlich wieder mit Sojageschnitzeten und aus diesen Sojageschnitzeten machen wir jetzt einen Sojakurry. Und das mit unserem bekannten Blumenkohlreis, den wir hier haben. Wer den nochmal nachkochen möchte, der schaut einfach bei Gyros nach. Dort sieht er, wie er genau gemacht wird. Jetzt konzentrieren wir uns hierauf. Und zwar wird Andreas jetzt wieder hier das Wasser einmal anschalten. Ich warte, bis es kocht. 4 Esslöffel Sojasauce, einmal aufkochen lassen, abstellen und dann das Sojageschnitzete rein. Und dann wird der Saft wieder aufgenommen und das Aroma wird wieder richtig in den Sojageschnitzeten aufgenommen. So, wenn man jetzt einmal riecht, der riecht schon sehr gut. Und das gibt natürlich dann dementsprechend auch Power. Ich mache in der Zwischenzeit schon mal den Reis, den Blumenkohlreis ein bisschen warm. Man kann den übrigens am Sonntagabend, wenn man Zeit hat, kann man den vorkochen für die ganze Woche. Mit ein, zwei Blumenkohl und dann im Kühlschrank kaltstellen. Dann hält er sich auf vier, fünf Tage. Und ich brauche, wann ich abends heimkomme, einfach nur noch aufwärmen. Das heißt, ich habe es dann auch ganz, ganz schnell gemacht. Auch hier wieder, es gibt keine Ausrede, ich habe keine Zeit. Alles eine Frage der Vorbereitung, alles eine Frage des Zeitmanagements. So, kocht schon, wunderbar, ausschalten, Sojageschnitzel rein und rühren. Und dann müssen wir es fünf Minuten stehen lassen. Und daraus bereiten wir dann gleich ein ganz leckeres Curry zu. Wir haben es mit verschiedenen Gewürzen, mit Erbsen und Kumin. So, wenn man das jetzt so sieht, sollte man nicht denken, was man daraus wird. Also für alle Fleischliebhaber, die jetzt gerade eine Panikattacke bekommen. In der Tat, ich habe mich vorher selber überzeugt beim Gyros. Also blind verkostet, glaube ich nicht, dass ich auf die Idee gekommen wäre, dass es kein Fleisch ist. Hier an dieser Stelle möchte ich auch mal den Asim grüßen. Hallo Asim, du militanter Vegetarier. Alles nur für dich. So, ich denke, das haben wir alles. Ja, da ist keine Flüssigkeit mehr da. So, wunderbar. Können wir ziehen lassen. Und jetzt warten wir gerade fünf Minuten und dann können wir es weiterverarbeiten. So, jetzt sind wir nach den fünf Minuten, ist gut durchgezogen. Wenn man hier reinschaut, die ganze Flüssigkeit ist auch aufgenommen. Das heißt, wir hitzen jetzt unsere Pfanne, nehmen wieder unser wunderbares Landöl. Ja, Rapsöl mit Buttergeschmack. Wie gesagt, heiß erhitzbar. Und jetzt braten wir unser Soja-Geschnetzeltes wieder kross an. Ja, dann nehmen wir unsere Tiefkühlerbsen mit dazu. Am besten immer Tiefkühlerbsen verarbeiten, weil die werden topfrisch. Dreck nach der Ernte werden die tiefgekühlt bei minus 48 Grad Schock gefrostet. Voller Vitamine, ja, ein richtig gutes Produkt. Und vor allen Dingen stehe ich nicht abends zu Hause da und muss dann poolen, ja. Und ich weiß auch meistens nicht, wie lange die schon mal im Gemüsehändler liegen, ob es wirklich ein Top-Edition-Produkt ist. Dann haben wir unsere Kokosmilch, ja, und dann läuft das alles perfekt, wenn das heiß ist. So, gucken wir mal. Also, ich muss schon sagen, ich glaube, irgendwie, es wirkt schon. Soja wirkt. So. So, geht los. Braten wir wieder mit volles Rohr an, volle Hitze. Und was jetzt wichtig ist, wir nehmen mal obendrauf ein ganz klein bisschen. Darf ich gerade mal? Ein ganz klein bisschen. Die zwei Dinge sind toll zum Arbeiten hier mit diesen Holzspachen. Öl. Und jetzt nehmen wir unser Curry. Und schwitzen schon mal ganz wenig Curry mit an, damit wir was Aroma ins Fleisch kriegen. Salzen mit einem schönen Fleur de Sel. Wie heißt das Salz nochmal genau? Fleur de Sel, die Rose des Salzes, ja, die Blume des Salzes. Ja, wird oben abgeschöpft mit der Hand, ja, und daraus werden Eskama-Flocken gemacht, dass man wirklich schön verweilen kann. Wenn du jetzt mal riest, haben wir jetzt schon wieder ein tolles Aroma, obwohl wir gar nicht viel gemacht haben. Woher kommt das Salz? Das kommt aus Spanien. Spanisches Salz. Mallorquinisch. Ah, okay. Ah, von Cesar Linas. Jawohl. Und jetzt schaut mal die, sieht man auch, ich halte es mal rein. Ganz grobes, handverarbeitetes, handgeschöpftes Salz, gibt ein ganz tolles Aroma. Lohnt sich definitiv auch, sich mal sowas anzuschaffen. Gerade wenn ich Salz mit esse, ja, dass ich keine Chemie mit esse, weil hier sind ja Trennungsmittel drin, das sieht man, wie es rieselt, ja, ganz fein säuberlich. Ja, und da haben wir wirklich ein hervorragendes Salz, was den Körper auch gut tut. So, schön anbraten. Jetzt können wir schon unsere Tiefkühlerbsen mit dazu nehmen. So, können wir schon mal alles richtig miteinander vermengen. Ja, die müssen also in der Flüssigkeit, müssen die gleich ungefähr nochmal drei Minuten ganz leise, ganz leise köcheln und dann sind die auch gut gar durchgezogen. Und dann werden wir unser Gericht schon anrichten. Also das ist schon schnelle Küche, ja, und aromareich. Da ich euch erkenne, weiß ich ja, was die erste Frage ist, wo kann ich das kaufen? Al Natura, hier machen wir mal schön groß. Einmal seht ihr, was es ist. Einmal könnt ihr anhand der Nährstoffe erkennen, pro 100 Gramm, was da drin ist. Und somit seht ihr auch, ist Low Carb, weil durch die Flüssigkeit was auszieht, weil das Volumen erhöht. Das heißt also auch in der Low Carb Speise. Also, Sojaschnetzel. Grob, da gibt es Grobbes und Feines. Wir haben jetzt hier das Grobbe, das Feine ist dann eher gedacht, wo wir dann einen Hackfleischersatz draus machen. Okay, also Al Natura, nicht vergessen. So, jetzt haben wir hier schon wieder gut angebraten, wenn wir mal schauen, ja, dass wir es obendrauf braun haben, das ist ganz wichtig an der Stelle. Ja, vor allem denke ich auch, muss man sich ein bisschen Zeit lassen, dass die Erbsen, die tiefgefroren sind, natürlich auch. Die kommen nachher, dass wir drei Minuten köcheln. Ah, okay. Dann sind die natürlich auch durch. Ja, genau. So, bis jetzt haben wir ein bisschen gesalzen, ein bisschen Curry genommen. Ja. Und jetzt nehmen wir... Kuchen war auch schon drin? Nein, noch nicht. Das ist noch nicht drin. Unsere Kokosmilch. Kokosmilch, auch was Leckeres und was Gesundes, gibt einen tollen Geschmack. So, das ist wieder ein Curry für vier bis fünf Personen, bei 150 Gramm Soja-geschnitzeten Trockenmasse. Das heißt, kann ich gut vorkochen, ja, und kann das dann auch auf mehrere Tage, kann ich das essen und kann es mir sogar einfrieren, ja. Das ist dann wunderbar. So, dann nehmen wir ein bisschen Kurkuma für die Farbe, Gelbwurz, ein bisschen Kumin und jetzt nehmen wir nochmal unser Curry. Ja, und ihr seht, richtig gewürzt, ja, verwandeln wir daraus einen super Curry, lassen wir die Gelbwurz ganz leicht auskochen, die Erbsen ziehen jetzt gar. So, riechen tut es jetzt schon super. Circa drei Minuten, hast du gesagt. Circa drei Minuten. So, und dann schmecken wir die Schärfe noch ein bisschen ab mit ein bisschen Chili. Und ein bisschen Pfeffer. So, die Farbe kommt auch gut. Und jetzt einmal testen, Andreas, ob der Currygeschmack okay ist. Probier mal. Ja. Erbsen sind gar, Currygeschmack ist mir zu wenig. Schärfe ist sehr gut. Also noch ein bisschen Curry ran. So, das reicht. So, sieht nicht nur lecker aus, ja. Rennt gut nach. Kann auch mildes Curry nehmen. Ja, ich finde es ganz gut so. So, können wir ausschalten, es ist fertig. Und jetzt richten wir mal folgendermaßen einfach an, damit es mal schön aussieht. Für mich perfekt. Okay. So, dann richten wir mal an. Nehmen wir einfach mal hier unseren Teller, ja. Nehmen unseren Blumenkohlreis. Drücken den ganz klein ein bisschen an. Das zum Thema Auge ist mit. Richten mit dem Anmachring an. Drücken den ganzen Blumenkohl jetzt nach unten zusammen, ja. Ziehen jetzt hier den Ring vorsichtig hoch. So, dann gehen wir hier zu unserer Panne mit dem Curry, ja. Und den Erbsen und richten das jetzt mal außenrum an. So, und da sieht man schon, was aus 150 Gramm Soja rauszuholen ist, ja. Und jetzt geht man hin und holt ein bisschen Basilikum, ja, von unserem Basilikumbaum. So, vier, fünf Blätter. So, die habe ich dann hier. So, nimm das Messer, mach die. Kann dann auch asiatischer Basilikum sein, Rataibasilikum heißt, ja. Und ich wünsche jetzt einen guten Appetit. Super. Eben, Moment. Jetzt bin ich mal gespannt. Andreas, du darfst als Erster. In Verbindung Soße, Blumenkohl und Erbsen, Soja, Vorsicht, heiß. Vegetarisch. Wow. Absolut vegetarisch. Moment, Kameramann. Achtung. Ein bisschen Soße noch drauf. Mh, mh, siehst du? Aber der Kameramann kriegt was. Das ist hier nicht geizig. Nee, nee. So. Geschmacklich. Geschmacklich erste Sahne. Absolut. Also ich wünsche euch einen guten Geschmack. Mh. Viel Spaß beim Nachkochen. Mh. Werb spülen. Untertitelung des ZDF, 2020